Moin Freunde, Hallöchen und Herzlich Willkommen zum brandneuen Infovideo. Ja, mal jetzt aus ner andern Sicht und zwar aus der Natur. Guckt euch diese Natur an. Das ist so. Ne, äh, ich bin grad unterwegs. Ähm, Vorbereitungen für die Gamescom. Hab ich alles getroffen und so weiter. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera, da. Da heengucken. Oder? Ja, da. Ja, und ähm, ich hab alles vorbereitet. Es sind Videos vorbereitet. Es ist, äh, warte mal, Tüte. So. So ist besser, komm ich, ne? Ja. Ähm, ist alles vorbereitet? Äh, Videos sind Vorbereitungen und ich freu mich wahnsinnig drauf heute Abend. Was ist diese scheiß Kamera? Gucken wir mal fein zurück, ne? Ja, kann einer noch ein bisschen. Wollen wir? Da. Da ist die Kamera. Ne, ähm, und ja. Es ist alles vorbereitet. Ich hab alles gemacht und so weiter. Und ähm, Videos sind vorbereitet. Koffer ist gepackt. Heute Abend geht's los. Oben 18.50 Uhr geht mein Flieger nach Göln. Und äh, ich freu mich schon wahnsinnig drauf. Es wird geil werden. Wird cool. In dem Fall. Und ja, es kommen folgende Videos. Und zwar, Donkey Kong kommt erstmal jetzt die nächsten Tage bis zum 7. ist vorgebearbeitet, alles. Und dann kommt Super Mario 64. Ist auch bis zum 13. äh, vorgearbeitet, alles. Also es kommt eine ganze Menge. Ähm, da sind Leute. Jetzt ist das geil mit dem Selfie-Stick hier zu arbeiten. Das ist so richtig lustig irgendwie. Weiter filmen. Ich kann doch keinen Stopp machen. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hat die grad komisch geguckt. Naja, als YouTuber ist ja klar, wenn man hier mit der Kamera läuft und so weiter, ist so ein bisschen komisch. Geh mich zu. Ich würd's auch komisch, wenn mir noch einmal ein YouTuber hier vom Mö2 locken würde. Ne, also, ähm, wie gesagt, das ist alles vorbereitet. Ich freu mich schon wahnsinnig drauf. Und die Games kommen vom 5. bis zum 9. bin ich da. Und, ähm, wenn ich dann mal... Kommt der Morgen? Nö, kommt keiner. Das ist geil, ey, der sieht so scheiße aus mit so nem Selfie-Stick, ey. Ne, ich hab mir, wie gesagt, nem Selfie-Stick gekonnt, damit ich mal ein bisschen aufnehmen kann. Die Judo. Ne, wie gesagt, vom 5. bis zum 9. bin ich jeden Karottenstern. Ich freu mich drauf. Wird cool werden. Vielleicht treff ich euch. Einen, die ein oder anderen. Vielleicht, ja, ein paar Kumpel und so und so weiter. Und wird richtig cool werden. Ich freu mich drauf. Und, ähm, vielleicht treff mich auch. Ja. Vielleicht sehen wir uns. Das sieht so komisch aus mit so nem Selfie-Stick hier und mit der Kamera. Das ist so geil. Wie, im Hoffen ist cool. Ne, und, ähm, ja. Also noch? Noch irgendwas? Äh, keine Ahnung. Ne, und, äh, ja. Was hab ich noch, kannst du sagen? Ja, ich bin ein bisschen länger, wie gesagt, auf der Gäste in Köln. Also, besser gesagt, ein Bruder macht mich. Bei meinem guten Kumpel Talent. Also, Jami. Und, ähm, ich bin, wie gesagt, bis zum 13. nicht da. Also, aber Videos kommen. Wie gesagt. So, das war's erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns auf der Gamescom. Und, ähm, ich werd natürlich einige Videos machen davon. Alles ja ganz klar. Deswegen hab ich mir noch den Selfie-Stick gekauft. Und dann, ähm, Ja, werden wir zocken. Ich werd zocken. Richtig viel. Ich bin mal gespannt, was Nintendo so bringt und so weiter. Dann, äh, bei Warner, wenn nicht auch. Bei den Warner Brothers. Mal gucken, was die alle zu bringen. Ich glaub, Mad Max ist dabei. Und, und, und Dings alle da. Wird cool werden. So. Ich mach mal aus. Wir sehen uns. Bis in ein paar Tagen. Und dann macht's gut, ja? Tschüss. Tschüss. Tschüss.